Ähm, meine Mutter ist nicht am Computer und wuselt da auch nicht rum Dark Maxx, es geht doch am Handy, wunderschön, grüß dich Also hier ist keiner im Internet Hier weiß ich, dass ich wüsste Aber was sagt man nicht? Hm Hm Das ist leicht doof Ich find das jetzt irgendwie scheiße Ich find das begrenzt kacke, dass Twitch schon wieder mal am Abschießen ist Warum sind die ganzen Streamings da eigentlich alle immer so grottenschlecht besetzt? Weil das auch nur für meinen Kleinstream ist ja nicht so, dass ich HD streamen, weil ich brauche gar nicht so viel Leistung Warum Twitch das nicht können oder mein Internet? Hm Mal in Skype reingucken Hm Domi, ich hab gar nicht viel auf Nur, Pflanzen gegen Zombies Den Chat und meine Webcam Hm Ich hab nicht wissen Hm Hm Mein Stiefvater spielt gerne im Internet, heute nicht Nee, ich bin definitiv schuld Ich krieg den Upload nicht hin Irgendwas zum Internet sagt Nee, heute nicht, du Arsch, du Aber es liegt jetzt nicht an Pflanzen gegen Zombies, oder? Ich mein, das ist ein Spiel mit Eher schlechter Grafik und nicht so besonderlicher Auflösung und so Hm Ich kann einfach mal starten Vielleicht regt es sich ab, wenn wir aufhören uns überhaupt zu ringen I don't know Hm Vielleicht löst das das Problem von alleine Aber ich glaub, es wird nicht so sein, weil Ich Kenne mein Internet und das beruhigt sich nicht einfach so Das Einzige, was ich gucken könnte, wäre im Router Das mach ich aber ungern, weil Das könntet ihr wahrscheinlich sehen Nicht so gut Nee, Twitch mag das Spiel nicht Ich schaue, ob das was gefunden hat beim Auswählen Ähm, wir machen ja heute über Leben Endlos Action Und das heißt, ich muss so viel überleben wie möglich Ich werd mir mal spontan, mir mal irgendein System ausdenken Ich wollte mich ja nicht vorher informieren, hab ich irgendwie nicht geschafft Weil... Baum Ja, das ist immer eine super Begründung Und ja, deswegen, ich fang einfach mal an was zu basteln Ähm, ich werde im Let's Play selbst das mit Cheat machen Und hier mache ich es jetzt heute mal ohne Cheat Das heißt, wir müssen Sonne pflanzen Oder andersrum Hm Was ist euch denn lieber? Für die, die, wie viel sind wir eigentlich? Ich seh's ja nicht mehr, ich hab meinen Browser ausgemacht Den lass ich sonst sogar noch an Heute sah er aus Und ich sitze immer noch scheiße Achso Moin, Hals hier abdecken hier Ich werd ja auch bald krank bestimmt Instant Eimer Zombies Jo, Hersteller läuft, ne? Das ist sowieso immer doof Aber hey, ich erwarte noch Schlimmeres als Instant Eimer Zombies Haha 14 sind wir Okay 2 Duft, du, 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 du Hm Also Leute, was seid ihr? Mit Cheaten oder ohne? Also eins mache ich im LP und eins im Stream Vielleicht ist es euch überlassen Ich hab's mir bis heute noch nicht ausgesucht, also Könnt ihr das jetzt entscheiden Wir waren aber 19 Oh, sind ganz viele abgehauen Ja, kann ich verstehen bei der Twitch Leistung Oder bei meiner Leistung Ich weiß es nicht an wem es liegt, Leute Ich weiß es nicht Gestern war lollig Ja, da war ich nicht dabei Ohne Oh, okay Jemand hat ohne Cheats gesagt, also machen wir es ohne Cheats Hm, man nimmt schon noch mit Das ist auf jeden Fall im Pool-Level Ja, Instant Giga Gargantua, natürlich Instant Dicker Kumpen Ich kann nix dafür, hallo Ich hab sogar mal geguckt, ob es hier in meinem Stadtteil mehr Internet gibt Das ist das meiste schon hier, was ich kriegen kann Und nein, Thomas, das war immer noch richtig falsch geschrieben Giga Gargantua Wird das geschrieben, nicht Ture Aber egal, ich bin kein Quermanazi Ähm, ich nehme einfach mal das Saibhausen-Platz hier mit Hm Bambadababam 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 Nehmen wir mal Dadnaumid und Dadnaumid Und was machen wir denn jetzt? Hm Machen wir mit Feuer Oder machen wir mit Eisenmelon Oder, oder Also die benutze ich hier auf jeden Fall Die Stinkpilze und Stinkmörcheln Hm Grusel war gleich null Hehehe Also, ne Jetzt interessieren wir mal Benni hast du vor allem Glückwunsch Hehehe 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 Leistung für den Upload drinnen Und das sind so um die 1.150 Kilo Mit aktuell habe ich 900 Und das ist zu wenig Ich bin zwischen 980 und 1.020 Mal wieder runter ganz kurz auf 800 Aber Twitch sagt doch nicht nicht genug Du brauche mehr Egal, wir lassen das einfach mal stehen Dein Ruckelzahl Pfff Mehr kann ich nicht machen, Leute Ah, jetzt Grün? Ne, doch nicht Na, grün? Rot, rot, grün, orange Ähh Dead damn Internet Ich will mehr Leitung Ich muss eigentlich nach Berlin ziehen Um mehr Internetleitung zu haben Ist deine erste? Oh So, ähm Ich nehme die Mine auf jeden Fall mit Hm Ich werde mal mit Eismelonen experimentieren Sonst nehme ich Feuer Aber ich wollte nehme heute mal Ich habe heute Lust drauf Dann nehmen wir Lecker Kürbisch mit Das schmeckt gut Dann, äh Pfff Nehm ich dann noch mit hier einen Matschkürbis Für so einen Für so einen Eimarspacken Kann auch nicht helfen Ähh Und dann, äh Pfff Nehmen wir erstmal Fake Sonne mit Ja, warum nicht? Ich mache das jetzt ganz langsam hier Easy peasy Take everything easy peasy Und so, zack Du, du, guck mal Ich habe sogar eine Hake gekauft Lass heute mal das S-Wort weg Nein, ich lasse mal nicht mein schnupsiges Wort weg Ich sage aber das, was ich möchte Punkt um Haben wir das jetzt geklärt? Dankeschön Ist alles schnupsisch So, gib mir Sonne los Sonnenlicht Du Eschhauer Ich muss hier aufstoßen vom Grade Ich habe gerade ganz kurz mir noch was zu essen reingeschaufelt Damit ich nicht mehr verhungere hier im Stream Weil ich ja so abgemagert bin, ja Ja So, ein Sonnenblümchen Gib mal mehr Licht hier Komm, ich brauche mehr davon Guck mal, da kommt da Brains Ah ne, du kannst mal nach Hause gehen, Junge Ich habe keinen Platz Ja, Mama, vor dich Lalalala Stachelkraut, ne ja später Stachelkraut mache ich später Nehme ich auf jeden Fall aber auch mit, weil Kann nur helfen, kann nur helfen Wie lange brauchst du denn für Upload von einem Video? Ähm, die meisten Videos sind so um die 500 Megabyte groß Und äh, von daher, ja, so um die Knapp eine Stunde über, also knapp über eine Stunde für 500 Megabyte, kann man schon sagen So, da kommt dann der Schl hahaha Yakrad Zombi-mann, der kriegt ja auch mal halb die Fressi Muuuu Ich bin schon wieder im Synchronisations-Wahn hier, aber ich glaube da werde ich da mal ein bisschen drauf scheißen So, ein bisschen wenigstens Ich versuche es jedenfalls Ich bin aber nerd. Wenn ihr habt 6K, dann kann man glaube ich nicht viel streamen und so. Guckt mal hier. Gleich mal Sonnenblumen. So weit ich euch sagen muss. Es wird hier ein bisschen knifflig. Weil wenn man hier Sachen pflanzt, die so eine Updates bringen. Da kosten die beim ersten Mal 150. Nächstes Mal 200. Nächstes Mal 275. Also das wird immer 50 teurer, je öfter man die baut. Es wird aber auch wieder weniger, wenn sie wieder zerstört werden. Also wenn das jetzt hier aufgefressen wird, kostet das nicht mehr 275, sondern 225 wieder. So wie am Anfang eigentlich. So, am Anfang reichen mir ein paar Katzenschwänzchen. Die machen das hier schon. Die reißen die Buchte. Und ich sammle hier fleißig und baue schon mal ein bisschen mein Zeugs hier auf. Ach ja, ich gehe in ein Pausenmenü, wenn ich in den Chat klicke. Da kommt der dicke Klumpen. Der kommt schon bald, ich kann ihn riechen. Kokiri hat 100k, du Ekelhafter. Ich will auch, ich will mindestens 50k haben. Es ist mir eigentlich scheißegal, dass der Download immer noch schneller wird. Ich will eigentlich, ja ruckel, ruckel, tut mir leid. Es geht mir einfach eher darum, ich will mehr Upload haben. Ich, mich, der Download ist mir relativ egal. Ich lade mit meinen 1,6 Megabyte halbwegs schnell runter. Und auch das, was mir eigentlich der Provider ja eigentlich zugesteht, nämlich eine 16.000er Leitung. Aber was mich an der Stelle einfach stört ist, ich habe nur 1.000 im Upload. Man kriegt ja immer nur einen Bruchteil des Downloads im Upload, weil der Upload halt viel anstrengender und teurer ist. Was mich persönlich ziemlich nervt, weil da sparen unsere Provider gerne dran. Wollte ich mal von 1.1 schon mal irgendwie da mal besuchen und fragen, Hey, können sie mir mal nicht schon ein bisschen mehr Upload geben? Aber ich glaube, für eine einzelne Privatperson ist das irgendwie nicht so gut. Nee, es ist ein eher schnäßer Schnapp. Das machen die bestimmt nicht. Oder können die vielleicht auch gar nicht, weil wir hängen ja alle hier in einem Block. Ich bin ja Blockkind. Und sollte den Metal weglassen. Metal? Ich höre selten Metal, wenn überhaupt. Irgendwann mal. So, yeah. Erstmal die Pflanzenstelle und das reicht auch. Und wir fangen schon mal hier. Ich muss überlegen, was möchte ich jetzt pflanzen? Ich glaube, ich werde hier wirklich eine Eismelonin machen. Genau. Ich habe schon so ein bisschen Plan im Kopf. Deswegen, ich werde jetzt mal so bauen, wie ich mir das am Ende denke. Das könnte ganz lustig werden. Dragon Kai ist 22. Achso, ich bin 22, ja. Genau. Danke für das Antworten. Mal gucken im Chat hier. Ruckel, ruckel. Lol, wie geil bist du? Danke an Scharfe dafür, für das Kompliment. Oder wenn das eins sein sollte. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Metal. Gut. Ja, ich mag den Metal nicht, wo man pausen muss. rumgebrüllt wird, wie so ein... Das ist für mich immer Brüllaffen-Metal. Irgendwie Brüllaffen-Musik. Ich bin da nicht so Fan von. An sich Metal finde ich aber ganz cool eigentlich. Lass die Leitung von Polen legen. Ja, das wäre... Polen hat sogar besseres Internet als wir, als hier in Deutschland. Haha. Ja, das ist echt peinlich. Ich glaube, Deutschland steigt im europäischen Vergleich auf dem Platz 18 oder so. Zwischen der Slowakei und Ungarn, glaube ich. Habe ich letztens mal ein Diagramm gesehen. Wo ich mir dachte, what the hell, man. Das heißt, äh... Ich glaube, Slowakei hat schlechteres Internet. Und die Ukraine oder Ungarn. In dieser U-Länder. Hallo, ich bin an die Dojo88. Grüß dich. Koma 1 0 0 2 9 9. Du bist geil. Dankeschön. Was sind das hier für Kommentare heute, Leute? Nicht gut? Da kriege ich ja... Ihr verdreht mir hier den Kopf, ihr Schlingel. Haha. So. Ich glaube, ich habe aber schon eine Idee, wie ich das alles bauen werde hier. So. Hier mal ein bisschen Melon-Action hin. Muss halt laufen. Meine Vögel mögen Streams. Okay. Hallöchen an die Vögel von Luraya. Oder so ähnlich. Dein Kaninchen steht auf Metal. Oh Gott. Das gibt bei mir gerade im Kopf ziemlich... Wow. Voll in die Fresse. Ja, klatsch dir ins Gesicht. Du dreckig als Zombie. Du hast du verdient, du Sackarsch. Das von Lavandia ist cool. Ja, bedingt. Wow. Hier, mehr Melonen für euch, ihr Arsche. Der mag keine Polen. Wieso? Keine Polen. Ich bin zum Viertel Pole. Oder Achtel. Irgendwie sowas. Ich habe es euch, glaube ich, in irgendeinem LP bestimmt schon mal erzählt. Von daher muss ich das jetzt nicht normal tun, oder? Nö, ich glaube nicht, ne? So, ich glaube, hier werde ich noch ein bisschen mehr. Außen sind übrigens die schlimmsten Reihen bei diesem Ding hier. Voll geil, Mr. Destructoid. Bitte kein Smiley-Spam. Auch wenn Domi gerade nicht da ist, glaube ich. Aktuell, ich werde heute meine Runde hier Pflanzen gegen Zombies machen, damit ich das LP weitergehen kann. Und hier genau, damit ich das LP weitergehen kann. Und ja, bis dahin denke ich mal. Oh, oh. Hi. Na, ihr Arschgeheigen. Was sucht ihr denn hier? Ihr seid ja immer nicht erwünscht. Nee, absolut nicht. Nee. Überhaupt nicht. Nee. Gar nicht. Nö. La, la, la. Pro, lo, lo. Das ist was, du kannst doch einfach auch mal sein lassen, du böser Mann. Und nach Hause hin. Das ist schon eine gute Idee. Guck mal hier, wisst ihr was? Ich muss bei da lang so lange rum. Haha. Ich bin so gemein zu der Bösen. Achso, warte mal. Ach, Quatsch. Hätte ich einiges schon eher machen können, aber egal. Jetzt ist es ja eh gedittet, also von daher. Brains. So, ich glaube, ich werde dann mal folgen. Ja, oder auch nicht. So, ach, dann auch. Genau, Instant Buddel Zombies in Wave. Keine Ahnung was. Es ist auf jeden Fall ziemlich früh und das kotzt mich gerade leicht an. Der Typ steckt im Hals. Das ist nicht gut. Ja, ich werde heute Pflanzigen Zombies spielen, meine Runde hier und dann mal sehen. Vielleicht kriege ich den Domi und den Tim dazu, mit mir ein bisschen zu skypen und dann ein bisschen Age of Empires zu streamen. Haben wir nämlich letztens mal wieder rausgefunden, wie man es online zocken kann. Und ja, blub, ne? Ich hatte da Lust drauf. Ich habe gestern schon gezockt. Und ja, mal sehen. Ähm. Sonnenboom brauche ich eigentlich nicht mehr, ne? Ja, reik genug. Dann gib mir mal das Ding an hier. Dann brauche ich mal das noch. Dann brauche ich das noch. Jetzt brauche ich das Ding an ganz dringend. Das Ding an ganz dringend. Ich brauche jetzt ganz dringend den, den und den. Das muss ich auf jeden Fall wieder mitnehmen. Und dann nehme ich mal in der Stelle noch. Och Mann ey, macht es mir noch nicht immer so schwer. Was soll ich denn jetzt noch schnell mitnehmen hier? Ich habe noch eine Idee, was ich... Was kann ich noch was mitnehmen? Vergiss nicht, was... Du redest mit dir selbst. Ich rede mit euch. Oder ich erzähle euch. Was ich hier tue. Quasi. Zelda Musik mit Dubstep gemischt. Nein. Tut doch sowas nicht. Das ist doch doof. Ich finde Zelda Soundtracks normal viel, viel besser. Von daher, nö. Das ist nicht gut. Ja, ich rede mit mir selbst. Nein, ich rede mit euch. Wenn ich jetzt nichts sage, dann habt ihr nichts hören. Also rede ich mit euch. Was nehme ich denn jetzt noch mit? Ich nehme den ja einfach mit. Oder? Wenn ich jetzt eh schon mal die kleinen Dinger da mit habe. Oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann mich nicht entscheiden. Äh, oh, hä? Was, Benni? Was? Oh, oh, wieso? Gerudo Valley. Ih, nee. Ja, aber nicht als Dubstep-Version. Ih, nee. Nee. Magnet musst du. Nee, Magnet gar nicht. Magnete sind super unnütz. Nachher. Magnet brauche ich absolut nicht. Der ist viel zu platzverschwenderisch. Nee, ähm. Ich glaube, ich nehme einfach noch so eine ganz billige Bombe mit hier. Für den Fall, dass da mal so ein Buddel-Zombie durchsledscht. So, weil ich werde jetzt erstmal meine Preparations machen hier. Zack, 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 zack. Und, äh, da oben wird geschossen. Das ist erstmal ziemlich gut. Na gut, bevor die ersten Buddel-Zombies kommen, ich werde das mal so und so. Und dann im Verlauf der nächsten Stunden und Minuten, werde ich hier den nächsten Pupse-Pilz hinmachen. Und das dann ebenfalls unten mit, äh, Kürbissen abdecken und das für die ersten Waves erstmal gesorgt. Hm, 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 hm. G-Do-Art. Ich kenne kein G-Do-Art. Du, 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 du. Achso. Hä? Da sieht man Sternes-Kaios. Ich hab doch gar nichts gesagt. Du stopp mich, wie es drin. Oh, da kommt der Denzel-Zombie. Oh, ja, mein Geil, der will hier rischit zocken. Boah, könnt ihr pausenlos nur in der Sonne klicken. Schlimm. Schlimm, der Scheiß. Oh, da kommt auch mal Melonen hin. Ich mach mal Melonen hin. Na, da wird der Rischi rocken. Boop, 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 boop. Da muss man mal richtig zocken. Ja, dann würde ich sagen, ich mach mal ins Wasser auch ein bisschen Eis, oder? Ja, vielleicht ganz angebracht. Hm, 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 hm. Mit Rolo, lo, 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 lo. So, erstmal schön alle aufheilen hier. Und ich will halt echt gegen abgesicherte, äh, abgesichert sein gegen alle möglichen Eventualitäten. Also fange ich, glaube ich, mal hier an. So. So, so, und so. Sonnenlicht, da haben wir Sonnenlicht, das schon wäre gut. Rucke die Rucke. Ja, tut mir leid, ich kann nichts dafür. Alter, ich bin 25% des Streams gedroppt. Yo, hey. Man fiel mir von zwei Krankenwagen vorbei. Schön, die holen mich aber nicht, weil ich wohne hier in der Nähe. Hoffe ich mal. Sonst, hm, hab ich hier Stalker-Abonnenten. Oh, ich zieh zum Keilgeil. Nee. Bitte nicht machen, liebe Freunde, das wäre nicht so toll. So, dann werde ich mal... Jo, einfach mal weiterpflanzen hier. Ja, ja. Guck mal deine Tanzzombies an, die sind mir scheißegal. Die mache ich kaputt. Ganz schnell. Genau. Atrolololololo. Mhm, 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 mhm. Da kommen sie nämlich schon, die ekelhaften Buddelzombies und werden erst mal mit Gift voll weggepupst. Haha, voll in die Fräsen. Arschgesichtige in ihr. So, dann machen wir hier vorne mal weiter mit einem lecker, lecker, mhm. So. Jetzt läuft das hier in dem Wasser schon mal ganz gut. Dann muss ich jetzt hier noch zwei machen, dann läuft das ganz gut allgemein. Deine Mutter würde sich freuen. Glaube ich nicht. Äh, die, 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 die. Bläum, 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 ganz viel Sonne für mich. So, dann sehe ich schon mal sehr gut. Ja, hallo, ich bin schon, du ekelhafter. Was hast du schulen hier? Ja, ne, du. Haben wir nicht. Ja, baut nicht. Ja, hallo. Du ekelhafter, du. Was, du willst hier buddeln? Mein Kopf ist hier nicht heute. Du, 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 duf, duf. Ja, der Michael Jackson, der will hier euch ausrasten. Das wäre ein Stück zu laut, Leute. Das muss ich mal reduzieren. Uh, ihr Lieben, eure Chat-Omi ist da. Hallöchen, nati, nati. So, da geht Sonne weg. Das ist nicht gut. Ich brauche jede Sonne, die ich kriegen kann. So, hier erst mal den machen. So, dann machen wir mal. Ne, da hat Mike Spader. In den Nater Geek Spader. So, euch gebe ich wieder lecker Sonnenlicht. Ach Gott, wie sich die Weiber hier alle freuen. Also, äh, die werden da mir alle freuen, sich gegenseitig umarmen zu können. Warte ich dann los bei euch. Na, tro, lo, lo. Hm, 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 hm. So, machen wir das hier auch mal schon mal voll. Was können wir noch pflanzen? Hier, ich hätte noch ein Pilzchen machen können. Hallöchen, Kai. Äh, ja, genau. Ich habe jetzt Boos vorgelesen. Entschuldigung. Hat jemand von euch schon mal ein Oculus Rift ausprobiert? Was ist das denn? Wie findest du Hyper Warriors? Keine Ahnung, ich habe keine Wii U und habe es nicht gespielt. Demzufolge. Aber es wäre mir jetzt auch nicht so wichtig. Also, wenn ich mir jetzt eine Wii U kaufen würde zum jetzigen Zeitpunkt, äh, dann würde ich aktuell mir andere Dinge kaufen als Hyper Warriors. Ganz offensichtlich, äh, Pikmin 3 und Donkey Kong Tropical Freeze. Haha. Juhi, neidisch? Nein, nicht so wirklich, ne. Äh, wie oft habt ihr es hier schon getrieben? Also, Leute. Koma, please. Das Spiel ist doof. Das ist schön. Ich mag es ganz gern. Ich spiele jetzt gerne. Die Tauchen und die Delfin Zombies. Ja, Delfin ist hier mit den zwei Pilzen ziemlich enthebelt. Spiel jetzt auch die My Party für 3DS und DS. Wenn ich eine 3DS mit Capture Card habe, irgendwas für die DS werde ich nicht spielen, weil ich habe schon gehört, dass das so mal sein soll mit My Party 9. Und My Party 9 ist für mich zum Kotzen. Ich finde das scheiße. Regt mich nur auf das Spiel. Ich werde es auch definitiv höchstens irgendwie mal Let's Schauen oder so, einfach um zu zeigen. Trollolol und Feierabend. Damit ich mir das nie wieder antun muss. Come on. Wenn du das jetzt meintest. So, ich werde das und das mitnehmen. Dann werde ich wieder hier die lustigen Pilze mitnehmen. Die werde ich noch häufiger brauchen jetzt in dem One hier. Ähm, selbe Zombies, Pogo, alles keine Gefahr für mich. Ich habe noch Probleme. Ich habe noch Probleme, wenn ich. Äh, ich nehme nochmal doppelt so ein Blümchen mit, weil ich glaube, wir haben, ja, eine haben wir noch. Oh, krass, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm. Hm, 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 hm. Dann nehme ich schon jetzt noch eine lauter Schrägmied, ne? Bombe. Äh, was so. Einfach so, weil ich Lust habe drauf. So. Das lädt noch. Ja, 500. Alter, guck dich doch an. 550 Sonnen, für so eine scheiß Doppelsonnen-Bumme. Dann will ich die überhaupt wieder reinkriegen. Bin ich glücklich. Willst du mich heiraten? Nein. Was zum Teufel? Ich kenne dich überhaupt nicht. Oh, Mann, Leute. Schreibt doch nicht so einen Scheiß in den Chat. Wir sind doch alle hochkultivierte Menschen. Hust. Naja. Größtenfalls. So. Einmal den, 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 den. Alles voll geboomt mit Kürbissen und Schnupsis. Ja. So, ich wollte hier einen Puls anpflanzen. Der macht da Spaß in den Backen. Ja, da pupst du euch nämlich voll ins Gesicht. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch weiter. Wenn der Kürbis fertig ist. Freue ich das nicht. So. Hängen wir mal gegen Buddelsombies. Naja, obwohl die noch nicht. Na doch. Einen kann ich eigentlich machen noch. Und zwar hier unten demnächst. Weil ich werde mir zwei so eine Pupser hinten machen, damit die Buddelsombies so wenig wie möglich die Kürbisse hinten anfressen können. Weil später kommen richtig, richtig viele Zombies. Und die Buddelsombies kommen halt, wenn einer da steht, noch ein bisschen zum Fressen des Kürbisses, der hier hinten ist. Und wenn die halt zu viel fressen, dann habe ich ganz große Probleme. Und ich möchte einen ganz großen Probleme. Das war gar nicht, ich muss aufpassen. Ein Rainbow Unicorn. Oh mein Gott. Keine Beleidigung, bitte. Fly in the Awakening kann ich nichts zu sagen. Ich habe keinen 3DS, Leute. Mann, da guckt er aber noch nicht immer sehr lange an meine LPs. Weil die meisten wissen, dass ich keinen 3DS und keine Wii U habe. Sex, Geldmangel. Ich kann nicht auf den Chat achten, weil... Böse. Ich muss noch mal ganz kurz was tun. Das ist nicht in Ordnung, du. Niemand nennt meine Leute Arschgeigen. Fakt. So. Nachdem wir das geklärt haben, können wir uns weiter um die dreckige Zombielisch da hier. Ich mache die mal immer ausknipsen hier und zack. Zack. Nein. Hier da, so ein Erbsen, so ein Körnchen drauf, so ein Kackerkörnchen. Nimmst du Drogen, weil du so gut bist? Nein, ich nehme keine Drogen. Außer man zählt das hier als Drogen. Ist der 3DS von Michael noch nicht eingekommen? Nein. Weil der Michael noch eine 3DS XL Capture Card bestellen will. Und da die noch nicht da ist, haben wir Probleme. So ganz einfach erklärt. So in etwa. Ihr wisst schon. So. Hier pupst du Zombie. Die macht die alle kaputt. Das war sehr gut. Ich glaube, ich brauche hier gar kein Eis hinmachen. Ich glaube, die machen das ganz gut von alleine, du. Alles ganz gut so. Ja, Zombies trollen, lol, lol. So. Da kommen die Buddlezombiesch. Und ich muss da dringend leider demnächst die Sonnenblumen ersetzen. Aber ich habe 2300 Sonnenblumen, deswegen bin ich eigentlich ganz gut ausgerüstet hier. Queen Day. Ja, das Rivelle habe ich auch wieder hier stehen. Aber ich habe nur noch eine halbe Flasche, Leute. Warum sterben Zombies nicht an Übergewicht? Keine Ahnung. Ich sterbe auch nicht an Übergewicht. So, da kommen die ekligen Buddlezombies wieder. Aber wie gesagt, wir kriegen sie da rein. Haben mein Kürbis noch ja auch eine Schein getan. Die Schlippis hier, ne? Da bringt euch nichts. Ich mache euch kaputt. Autsch, das tat weh. Noch mal 500 Sonnen ausgehauen. Hä? Habe ich nicht gerade 500 Sonnen rausgehauen und habe immer noch 2400 Sonnen? Ist die Schlippchen noch an oder war das los? So, was mache ich denn jetzt noch? Was mache ich jetzt noch am Pflanzen? Oh, da kommen die Zombonies. Okay, da muss ich jetzt auf jeden Fall erstmal dütte, dütte, dütte und dütte mitnehmen. So, kann man gebrauchen und so. Dann werde ich schon mal ein neues Pflänzchen mitnehmen, was wir im AP noch nie gezeigt haben. Sie sterben nicht, weil sie schon tot sind. Dagegen kann ich nichts ein. Das ist eine vernünftige Erklärung. Brauche ich noch in irgendeiner Weise die hier? Ich glaube ja. Habe ich für den Rund jetzt... Ach, ich wollte noch wenigstens ein... Es sind hier welche Buddeln... Oh, schon wieder. Wie oft kommen hier eigentlich Buddel-Zombies, Alter? Ganz im Ernst. Die könnten sich auch mal ein bisschen zurückhalten. Wisst ihr was? Ne, ich mache die hier später. Ich nehme erstmal nur dort mit und dann muss ich leider nochmal... Ach, das geht ja gar nicht vollständig. Dann muss die ja nochmal zu Hause bleiben hier. Ich muss dann auch erstmal die Buddel-Zombies abdecken, oder? Sind mir die erstmal wichtiger? Die Buddel-Zombies sind bis jetzt noch dezent. Und... Komisch macht das hier. Ich nehme jetzt die Maiskanone mit, Leute. Jetzt geht's los. Stachelkraut. It's your time. Oh nein, die Kanone. Ich finde die Kanone toll. So, hier machen wir... Hier einen Stachelkraut hin. Und dann hier eine weitere Stachelkraut. Ich finde die Kanone ziemlich gut. Also die ist echt nützlich. Dafür muss ich aber nachher nochmal umdisponieren. Tut mir leid für die Rechtschreibung, aber bei Twitch schreibe ich recht ungern richtig. Ne, da braucht ja auch keiner. Ich finde es auch bei Kommentaren in YouTube. Also wenn einer von euch jetzt nicht gerade... die Kommentare so schreibt, dass ich sie gar nicht verstehe, ist mir das relativ egal, wie jemand schreibt. Hauptsache ich kann es lesen. Und äh... Es ist alles im Grenzbereich, solange ich halt einfach insgesamt lesen kann, was da so geschrieben wird. So, ich glaube hier mache ich das dann so. Ah... Das war noch ein Licht. Oh mein Gott, ich habe 3000 Sonnenleute. Ich glaube, ich brauche gar nicht cheaten. I don't need no cheats. So, jetzt muss ich leider hier, ich glaube, den wegmachen. Ach. Jetzt, äh... Oh yeah, die Maiscannon ist da. So Leute, die Maiscannon ist ein zweiteiliges Ding, was Maiskolben lädt. Und ich zeige euch gleich, wie die funktioniert. Das ist nämlich eine ziemlich besondere Pflanze, weil die hat eine ganz andere Funktionalität im Gegensatz zum Rest.